Den HGP Golf 4 R32 Turbo haben wir Ihnen bereits in der Januar-Ausgabe 2004 vorgestellt. Damals unter dem Titel Das ist der Gipfel. Der HGP Golf R32 Biturbo tut richtig weh. Man erkennt nichts, man ahnt nichts, sieht völlig harmlos aus. Der ideale Ferrari-Schreck. Der sprichwörtliche Golf im Schafspelz eben. 543 PS reichen für 319 Spitze und 3,9 Sekunden für den Sprint auf 100. Das ist einer zum BMW- oder Porsche-Jagen. Jungs-Träume eben. Das ist einer zum BMW- oder Porsche-Jagen.